Nee! Hört auf! Nix da! Wie viele? Oh Gott! Nee, 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 nee! Ja, wie viele? Leckt mir die... Oooo! Durft ich's? So, einen wunderschönen, liebe Zocker-Mann-Chart. Wir sind wieder zurück in Mordor. Und diesmal ist der Zock dran. Der verkackte Totenbeschwörer. Mal schauen, was er jetzt sofort hat. Die Brüder der Verderbnis erwecken ihre Toten. Eile, Eile. Ja, ja, Eile, Eile. Erstmal schon auf Carmen draufsetzen, sagst du? Okay. Äh. Spring. Hä? Wie geht das? Geht doch. So. Der Gestank des Todes umgibt uns. Eine Meute von Ghulen erhebt sich und wütet. Ghulen? In eure Lächer, vergrabt euch oder werdet begraben. Talion, wir müssen die Ghul-Hügel zerstören. Nur dann werden sie nachlassen. Ja, ich bin ja schon dabei. Hi. Also hier. Oh. Da geht's nicht lang. Hi. So. Schön drauf treten. Läuft. Wow. Ein Ghul-Hügel zerstört. Ah. 15 davon. Wow. Das ist schon eine Menge, würde ich fast sagen. so schön mit dem Hammer rein da haben. So. Zack. Ich bin verflucht. Einwaschen. Ja. Wo ist so ein Nest da? Ja, lass mich mal kurz hier runter. Ich muss mal kurz. Und. Weg damit. Ach, du kannst auch flamen? Aha. Gut zu wissen, dass man flamen kann. Hüben, muss ich mir merken. Geh mal, ihr Geist von Karnen. Kann ich vor den Toten schützen. Ach, Quatsch. Karnen macht das schon. So. Wir haben 8 von 15. Wir müssen es noch ein bisschen. Oh, wie kriegen wir das sogar noch hin? Es gibt aber keiner. Hier ist einer. Noch 5. Ja klar, kriegen wir hin. Ja. Und natürlich die komischen Bogenschitzen da oben drauf. Ja, lass mich doch hier erstmal die Bogenschütze wegmachen. Die Nerven dezent. Auf gut Deutsch extrem. So. Jetzt aber. So, Karnen. Du machst weiter, ne? Ich kümmere dich mal drum. Was ist passiert? Du musst mit den Monstern leben. Du musst eins werden mit ihnen. So besiegst du den großen Betrüger. Willst du mich verarschen? Sie ist gestorben. Boah. Wirklich jetzt. Die hat er doch noch so viele Leben gehabt. Nun ja. Gut. Auf ein neues. Na toll. Ja, schön. Mist. Ich hasse dieser Ladebalken, jedes Mal, wenn man ihn verkackt hat. Der ewig lange Ladebalken. Wäre sie mal nicht gestorben. Kann er nicht so lange dauern. Die Mission, um die zu starten, hat ja auch nicht so lange gedauert. Ach so, deswegen. Weil wir schon ein Ding fertig haben. Er hat gespeichert. Nee, das ist der falsche Hügel. Da ist der richtige Hügel. So. Was war das? 8 von 15 haben wir schon mal. So. Den hatten wir schon. Aber es sieht so aus, als wäre der noch aktiv, oder? Naja, meinetwegen. Ich laufe dann. Die werden noch platt gemacht. Na komm, rüber mit dir. 700 Meter. Dann werde ich auf jeden Fall sofort auf die Bogenschützen gehen. Weil ich glaube, die haben am meisten an Carmen Schaden gemacht, glaube ich. So, Nummer 15. Perfekt. Jetzt können wir eigentlich durchrennen. So, gib mal ein Gummi. So. Ich auch noch. Mist. Ich wollte eigentlich hier hoch. Und reingehauen. Nee. Ja. Kommt hoch hier. Weg mit dir. Ja. Versucht es. Versucht es. So. Carmen. Bei Fuß. Komm her. Äh. Jetzt. Springen da hoch. Hi. So, das letzte Ding ist. Wow. 1500 Meter. Das ist schon nur ein bisschen. Einmal drüber gelaufen. Zum Glück brauchen wir die ja nicht mehr. Eigentlich, dass wir uns denn auf den Sack gehen. Wenn wir da angekommen sind. Und die uns hinterher rennen. Das wäre mega uncool. Aber ich glaube, das passt. Ey. Kannst du hier hoch? Nein. Natürlich nicht. Oh. So kann ich das natürlich auch machen. Ja. So, bleib mal schön hier oben. So, der wird erstmal geflamed. Moment, kann ich sie nicht. Mach mal dein Ding. Ich mach mal schnell das Ding hier. Fertig. Und weh, du stirbst wieder. Sind wir fertig? Die nagen an mich. Aber wir haben es geschafft. Gut. Läuft. Eine so stark wie unsere. Na, ich glaube nicht. Was, 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 was ist denn da hinten los? Ähm, nee, es ist, ich will es nicht wissen. Ich will es lieber nicht wissen. Was da jetzt los ist da hinten. So. Gibt es hier was Neues? Neu. Der helle Herrscher. Aha. Wie sieht es mit Aufträgen auf? Gibt es noch was anderes? Ähm, ja. Der helle Herrscher. Und das wäre in... Der brennende Wald in Null. Hm. Ja, dann würde ich fast sagen, äh, machen wir eine Karne noch weiter, oder? Das wäre denn hier. Wie kommen wir denn am besten da hinten? Da, 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 da und dann da. Gut. L-Reise. Ach, kacke. Ist wieder ein anderes Gebiet, oder? Das bedeutet, dass jetzt wieder Ladebalken des Todes ist. Und dass er sich wieder zu Tode lädt. Naja, guck mal. Wie lange das dauert. Jetzt mal durfte ich zumindest einen, äh, Hardcut reinmachen. Es war, ja. Gut, da ich mir das gemerkt habe. Dass ich da und da einen Cut reinmachen musste. Hm. Wollte ich vielleicht, äh, hier auch machen. Mal gucken. Stift und Zettel. Natürlich nicht hier. Ach. Das Übliche. Entweder Stift fehlt, oder ein Zettel fehlt. Aber in meinem Fall ist es... Ein Zettel. Ach. Egal. Das läuft auch so. Nee. Doch. Passt. Die paar Minuten, das ist, äh, ja. Passt schon irgendwie. So, dann bin ich mal gespannt. Hi. Du machst mir keine Angst. Ich könnte dich durchbrechen. Das bezweifle ich. Sprungblockade. Er will mich doch verarschen, oder? Du bist tot. Der will mich echt verarschen, oder? Blizzard, ja. Dein Wille geschehen, geschehen, geschehen. So, jetzt geh mir nicht auf den Sack. So, verschwinde. Haha, kommt an. Geh mir erst mal tierisch auf den Sack. Ja, nee. Ist klar. Geh mir erst mal tierisch auf den Sack. Auf in Carmens Wald. Oder? Ja, doch. Das ist ihr Wald hier. Perfekt. Wer denn? So, so Carmen, oder Karnen. Wir haben dich mal hier, wir haben mal aufgeräumt, ne? Wie geht's dir eigentlich? Ich glaub, die ist grad am verwelken, oder so. Sie haben es auf Carmen abgesehen. Dann müssen wir ihre Totems vernichten. Sollten wir hinkriegen. Hier Totems. Dingsen. Jep. Dann fangen wir mal links, rechts an. Rennt alles nieder. Wow. Carmen soll ebenso enden wie die große Spinne. Kankra, was ist mit dir passiert? Einer der nahe Skull hat sie in ihr Loch zurückgejabbt. Seitdem hat niemand von ihr gemeldet. Wirklich? Kankra ist nicht mehr? Dafür wüsste ich was. Wie, die sind alle schon wieder da? Na, Moment. Dann muss ich mal kurz hier was machen. Damit die mir nicht auf den Sack gehen. So. Hab ich erledigt? Erledigt. Ihr werdet definitiv nicht mehr aufstehen. So. Gehen wir zum nächsten. Das wäre der hier. Aber hab ich was verpasst? Dass, äh, Kankra tot ist? Stimmt aber jetzt nicht, oder? Wow. Ach, das sind alles Untote. Wow. Daran hab ich jetzt nicht gedacht. Ja. Holt, holt den großen Baum mal ran, ne? So, der ist weg. Du bist doch ein Nekromant, oder? Ja. Sehr gut, kein Untoter. Ey. Noch mal Glück gehabt. So. Nummer zwei. Äh, fertig. Jetzt kommt Nummer drei. Und warum brennt hier alles? Hört auf, den ganzen Wald abzufackeln. Ob ich mich da anschleichen kann? Hier schleicht niemand. Nice. Nice. Easy going. So. Ey. Bleib doch gleich mal kurz. Danke. Wie war das? Wie kann ich denn... Versuchen wir es mal. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie... Können wir die nicht essen? Oh, Mist. Der Falsche. Wie geht das so? Schnabbi dir. Das geht bei dir nicht, glaube ich. Nun ja, denn halt nicht. Aha. Na. Kann ich nicht. Genau das. Komm mal mit hier. Viel Spaß. Den wollte ich eigentlich nicht. Den eigentlich auch nicht. Dürfte ich bitte hier an den Totenbrand. Ey. Perfekt. Wir haben den großen Baum gefunden. Alle Angekläger zur Richtung. Oh. Feul ist in der Luft. Von Flammen verzehrt. Wir müssen zu Kernen zurück. Sofort. Ja. Unterwegs. Sie haben den großen Baum gefunden. Sie hausen den Gischenbaum. Sie haben den großen Baum gefunden. Er hauscht da drin. Toll. Nix da. Hört auf. Nix da abfackeln. Nix da abfackeln. Nee. Hört auf. Nix da. Wie viele? Oh Gott. Nee, 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 nee. Ja. Wie viele? Leckt mir die. Oh, oh, oh. Dürfte ich? Hört auf. So. So. Nee, 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 nee. So. Aufzehren. Ja, ist gut. Kommt. Der Geist von Karnen weiht euch alle den Tod. Kommt. Kommt. So. Trifft dich mit Karnen. Komm, Untoter. Wer wird dich jetzt retten? Dämonen. Nochmal Glück gehabt. Alles ist verbrannt. Verzehrt. Der Wald ist gerodet. Sie werden nicht zurückkehren. Verflucht ist Sack von wildem Hunger. Ein Pakt unerfüllt erweckt ihr Targorod. Targorod ist nicht mehr. Und das dank dir. Gib Acht auf Land und Luft. Brüder, der Verderbnis halten dämmernd wach. Feuer wacht aus Eis. Wenn Sack den Bayrock erwecken kann, wird er sein Leib eigener. Und seine Macht wird ihm gehören. Wir müssen ihn stoppen. Das sollten wir. So was sollst du es nicht begleiten, nicht wahr? Der lange Wind ruft meinen Namen. Doch wie kann... Der Wald von Karnen muss Ruhe finden. Karnen muss Ruhe oder wird zu Asche. Der Kreis darf nicht gebrochen werden. Oha, wenn er den Bayrock wiederholt. Das ist nicht lustig. Der brennende Wald. Fertigkeitspunkte halten. Nice. Also, der Fertigkeitspunkt. Nicht, dass der Wald brennt. Level 42. Geil. So, und wo ist jetzt der Malakka? Auf jeden Fall nicht hier. Es war ja klar. Lass mich raten. Der ist wieder irgendwo anders. Na. Feuer aus dem Eis. Ja, das klingt schon fast, äh, wie hier, äh, Eis und Feuer. Das Lied vom Eis und Feuer oder so. Gut, dann würde ich mal sagen, äh, sehen wir uns das in der... Oh, guck mal, hier, Drachenbeherrschen kriegen wir denn, wenn wir das fertig machen. Nice. Ja, dann würde ich mal sagen, äh, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bye, bye. Und denkt dran, Leute, immer schön den Lachs am Tisch schnallen, ne? Töööööö.